Die Rechnung ist eine einfache. Vom 1,8 Milliarden Franken schweren Sparprogramm will die Zürcher Regierung fast 44 Millionen bei den Gymnasien sparen. Das enttäuscht die Lehrer. Und darum klagt der Mittelschullehrpersonenverband Zürich beim Zürcher Verwaltungsgericht. Wir wollen überprüft haben, ob es korrekt ist, ohne Arbeitszeitstudien, ohne Abklärung, ohne Grundlage die Hänse bei einzelnen Lehrpersonen, bei einzelnen Fächern zu erhöhen. Zudem wollen wir auch wissen vom Verwaltungsgericht, ob es richtig ist oder sinnvoll ist, unsere Vertrauensarbeitszeit, die wir bisher hatten, ob die mit den Abzügen von einzelnen Huselektionen, die ausfallen, ob es sinnvoll ist, an dieser Vertrauensarbeitszeit zu knabbern. Auf Anfrage von Teletop will die Zürcher Regierung wegen dem laufenden Verfahren keine Stellung zum Thema nehmen. Für den Verband geht es im Streit der Bildungssparmassnahmen um grundlegende Fragen. Wenn eine Stunde ausfällt, dann sitzen wir nicht an drei Täumchen. Wir schaffen etwas, wir bereiten etwas vor, wir bereiten an. Wir haben vielleicht endlich mal Zeit, mit einem Schüler, der schon länger Zeit in Anspruch hätte nehmen, dass man mit ihm Zeit hat, zu reden, Probleme zu erörtern, ihm zu helfen. Und ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder verkennt, dass diese Zeit auch genutzt wird. Wie das SRF-Regionaljournal heute Mittag schreibt, geht es Silvio Stucki und seinen Lehrerkollegen nicht darum, alle Sparpläne der Regierung zu boykottieren. Aber sie wollen ein Zeichen setzen, um zu zeigen, wir sind nicht mit allem einverstanden. Will? Ich merke schon, dass auch da und dort immer mehr Resignation rum ist, dass immer mehr Frust da ist. Und wie eine Zeit, eine Erhebung von uns vor ein paar Jahren zeigte, Mittelschullehrpersonen würden ihren Beruf ihren Studierenden nicht mehr empfehlen, obwohl sie es eigentlich gerne machen. Und das ist etwas, das für mich ein Alarmglocken ist und das auch die Politik zur Kenntnis nehmen müsste. Als nächstes ist die Zürcher Regierung dran. Jetzt muss sie dem Verwaltungsgericht ihre Gründe für die vorgesehenen Sparmassnahmen aufzeigen.